Mein Name ist Jürgen Roeswig von der Games Distillerie und ich begrüße euch zum vierten Teil unserer Videoreihe zu Citadels. Heute wollen wir euch noch ein paar spezielle Features aus Citadels zeigen. Viel Spaß dabei! Eine Besonderheit von Citadels ist, dass wir zusätzlich auch die Mauern durch Verteidigungsmechanismen bestücken können. Das heißt, ich kann von den Mauern schwere Steine runterwerfen, sollte es der Gegner doch mal schaffen, zu einer Mauer durchzudringen und kann so Schaden anrichten. Hallo, mein Name ist Michael Hoss und ich bin der Producer von Citadels. In Citadels verwenden wir die Havoc Vision Engine, um dem Spieler ein möglichst realistisches Erlebnis bieten zu können. So erlaubt es uns, die Physik Engine dem Spieler strategische Möglichkeiten an die Hand zu geben. Befindet er sich auf einer erhöhten Position, so hat er natürlich mit den Bogenschützen eine erhöhte Reichweite und kann damit den Feind schon von Weitem angreifen. Das gleiche gilt auch für Ballisten und Katapulte. Platziert man diese auf erhöhten Stellen, so haben sie eine größere Reichweite und können den Feind dadurch viel früher unter Beschuss nehmen. Feuert das Katapult eine Steinkugel ab und diese prallt an einem Gebäude ab, so richtet sie nicht nur Schaden am Gebäude an, sondern kann auch über Einheiten hinwegrollen, wodurch diese natürlich ebenfalls Schaden liegen. Auch im Verteidigungsfall kommt die Physik Engine zum Einsatz mit den Wall Attachments. Greift ein Soldat eine Mauer an und platziert dort eine Leiter, so kann der Verteidiger die Leiter auch wieder umkippen. Kippt die Leiter um, so kann sie auch Schaden anrichten. Zu guter Letzt hat die Physik Engine noch Auswirkungen auf die Bewegung der Einheiten, beziehungsweise darauf, ob Projektile sie überhaupt treffen können. Schießt ein Bogenschütze zum Beispiel einen Pfeil ab, so ist es nicht unbedingt gesichert, dass dieser Pfeil auch tatsächlich im Ziel ankommt. Es kann zum Beispiel passieren, dass die gegnerische Einheit einfach weiterläuft oder sich unverhältnismäßig, nicht geplant fortbewegt. Was passiert dann? Dann verfehlt der Pfeil eben sein Ziel. Mit der Art und Weise, wie wir die Physik Engine nutzen, wollen wir ein möglichst realistisches Spielerlebnis bieten und dem Spieler etwas an die Hand geben, mit dem er herum experimentieren kann. Es erlaubt uns, ein Spielgefühl zu schaffen, was so in seiner Form eigentlich einzigartig ist. Zu der Kampagne gibt es noch zu sagen, dass ich bei jedem Start einer neuen Mission die Möglichkeit habe, sogenannte Heldenkarten auszuwählen. Helden geben mir immer einen Bonus in der Mission. Das heißt, entweder bekomme ich einen wirtschaftlichen Bonus für die Ökonomie, die mir einen besseren Start verleiht, oder ich bekomme einen starken Kämpfer, der dann wirklich als Heldencharakter bei meinen Truppen verfügbar ist und mitkämpft. Die Helden werden freigespielt, das heißt, in jeder Mission gibt es einen Hauptquest und verschiedene Nebenquests. Und jedes Mal, wenn ich es schaffe, in einer Mission alle Nebenquests zu erfüllen, wird mir eine neue Heldenkarte freigeschaltet, die ich dann bei der nächsten Mission einsetzen kann. Diese Helden stammen natürlich weitestgehend aus der König-Arthus-Sage und man findet da Gestalten wie Sir Balin zum Beispiel, der ein sehr starker Kämpfer werden wird im Spiel, oder auch Merlin, der natürlich allerseits bekannt ist. Durch das Erfüllen der Quests und Abschließen der Missionen bekomme ich pro Mission insgesamt einen Heldencharakter, den ich in zukünftigen Missionen einsetzen kann. Zum Beispiel kann ich dann die Ritter der Tafelrunde als meine drei Karten für eine Mission auswählen. Und diese Ritter stehen mir dann im Gefecht zur Verfügung. Sie sind dann natürlich ein wenig stärker als die regulären Einheiten und halten auch insgesamt mehr aus, teilen größeren Schaden aus. Sie stehen allgemein dann als Sondereinheiten zur Verfügung und können allerdings auch während dieser Mission sterben, stehen dann allerdings wiederum in der nächsten Mission wieder zur Verfügung. Dieses Feature sorgt für eine höhere Spieltiefe und auch für einen höheren Wiederspielwert, da der höhere Wiederspielwert sich daraus generiert, dass ich diverse Missionen noch einmal spielen kann, aber eben mit anderen Charakteren. Das heißt, ich kann mir für jede Karte, sollte ich sie denn nicht zu 100% abgeschlossen haben, noch einmal eine andere Strategie ausdenken, um mit anderen Charakteren ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das war schon der letzte Teil unserer Videoreihe zur Citadels. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt genauso viel Spaß beim Spielen, wie wir bei der Entwicklung hatten. Bis bald!